Servus Leute und willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal, warum auch mache ich es heute noch nicht, habe keine Ahnung, aber dieses Mal geht es um den Countdown zum Megaconvoi und zwar geht ihr einfach auf eurem islambrowser und gebt ein twitch.tv slash jenaufikall oder einfach gebt ihr oder könnt ihr auch einfach unten in der Beschreibung nachgucken und dann habt ihr hier den Countdown, den Live Countdown zum Megaconvoi mit Musik. Alles live, also komplett der Countdown ist alles live, Musik ist dabei, Bild ist dabei, wann es beginnt, also am 18. Oktober 2019, 20 Uhr beginnt, wir starten den Stream ab 18. Oktober um 19 Uhr starten wir den Stream am Freitag Leute, genau Freitag ist es soweit, schaut jedenfalls jetzt schon mal vorbei hier bei Twitch. Lasst auf jeden Fall mal ein Follow da, man kann euch den Stream schon mal gerne angucken, falls nichts besser zu tun hat oder sowas und danach wird der Stream auf YouTube sein, also ein Best-of gibt es auf YouTube. Vom Ding oder komplett auch mal gucken, ich weiß auch nicht, auf jeden Fall wird es auch hier Clips geben. Kann sein, dass ich manche Clips runterlade, die auf YouTube hochlade, ein bisschen verändere, ein bisschen andere Musik und so, wegen GEMA, ihr wisst Bescheid. Und, ähm, ja, dann bekommt ihr hier die Clips, die Ereignisse haben wir noch gar nichts, Videos sind auf jeden Fall alle Streams mit dabei, hier live, äh, mit dem Stream ist auch schon live und so weiter, ihr könnt da gerne mal vorbeigucken. Wir sind auch noch auf dem TeamSpeak dann noch dabei, live, ähm, und zwar hier unten, ähm, beim Stream, da kommt dann noch ein neues Channel mit dem Mega Convoy, schaut auf jeden Fall mal da mal vorbei, wir sind jetzt erstmal kurz durch, Mega Convoy 2019, ähm, zum Anmelden, alle Infos für euch jetzt erstmal. Wir haben ja im Stream schon angesprochen, wann es losgeht, ähm, wir nehmen auch mit Teil, also es geht los um 18 Uhr ist der Serverstart, 18 bis 19.30 Uhr ist die Vorbereitungsphase, da fangen wir jetzt schon der Stream an, 20 Uhr ist die Convoyfahrt, 23 Uhr ist die Einkunft in Luxemburg, und dann fangen wir auch dann schon der Stream an. Stream beginnt dann um circa 17 Uhr, dass ihr dann genau um 18 Uhr starten könnt auf dem Server, und dann direkt hinfahren können nach Kiel, Hamburg, und fangen dann los, ähm, und schauen, ob das Ganze passiert ist, äh, so dass ihr auf dem Server joinen könnt, es wird dann befolgt, also maximal 650 Struck auf dem Server beitreten können, okay. Das heißt, ihr könnt mit Fahrern nehmen, ihre Position dann gestellt, wie bei Hamburg, nach Kiel, die kommen seit dem Mitfahrern zum Beginn bei Hamburg. Wichtig ist, der Mitfahrer halten sich recht, es darf nicht überholt oder gerammt werden. Also, wer Interesse hat, schreibt mir auf jeden Fall mal bei megaconvoy.de vorbei, da ist ein Live-Counter, wann's losgeht, der Multiplayer zum Download, und alle Infos hier gibt's nochmal. Und falls ihr den Stream immer noch nicht angucken möchtet, oder falls ihr den Stream bei mir angucken möchtet, könnt ihr auch machen, geht auf meine Homepage, hier ist der Countdown nochmal, klickt oben auf Live-Streaming, kommt auf diese Homepage, und hier ist die Live-Übertragung dann vom Megaconvoy 2019, mit dem exklusiven Live-Track von Twitch. Falls ihr dann zurück möchtet, klickt einfach auf Homepage, dann kommt ihr auch zurück, oder ihr geht hier unten einfach auf das mega geile Bild, klickt auf Live-Ansehen, und könnt dann hier auch den Live-Stream miterleben. Ihr müsst nicht auf Twitch sein, nein, ihr könnt das Ganze auch hier angucken. Alles von dem her gesehen, wünsche ich euch einen schönen Abend, haut rein, bis dann, ciao.